Grüß Deng, da ist der Dogi und da ist Dogis Yoga-Tipp. Du liegst dich auf dem Rücken ins Shavasana, auf die Yogamatte oder auch ins Bett oder auf der Decke, in die tiefen Entspannungslage. Deine Firs liegen etwas schulterbreit auseinander. Die Fußspitzen fallen locker nach außen, sodass sich auch deine Hüfte und dein Rücken entspannen können. Deine Arme liegen ungefähr 30 cm vom Körper entfernt. Die Handflächen seien nach oben gerichtet, die Finger natürlich eingerollt. Schau, dass deine Wirbelsäule gerade ausgerichtet ist und dein Kopf nicht nach links oder rechts fällt. Wenn du möchtest, kannst du ein dünnes Kissen unter den Kopf oder unter die Knie legen. Komm jetzt ganz im Hier und Jetzt um. Beobachte einfach deinen ganz natürlichen Atem, der zwischen Bauchnabel und Schlüsselbein fließt. Zwischen Schlüsselbein und Bauchnabel. Und mit jedem Atemzug wird ein Atem sanfter und weicher. Sanft und weich. Ruhig und entspannt. Ruhig und entspannt. Bring deine ganze Aufmerksamkeit jetzt zu deiner Kopfdecke und dein Gesicht. Nimm deinen Scheitel wahr. Die Stirn. Die Augenbrauen. Augen. Die Wangenknochen. Die Nase. Die Nasenlöcher. Nimm wahr, wie der Atem durch die Nasenlöcher ein- und ausströmt. Nimm deinen Mund wahr. Das Kiefergelenk. Das Kinn. Nacken. Die Kehle. Schultern. Die Oberarme. Ellenbogen. Unterarme. Handgelenke. Hände. Finger. 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 Fingerspitzen. Bring deine Aufmerksamkeit jetzt zu den Fingerspitzen und zu den Fingern. zu den Händen. Zu den Händen. Handgelenke. Unterarme. Ellenbogen. Oberarme. Oberarme. Schultern. Oberer Rücken. Brustkorb. Aufmerksam. Konzentriere dich jetzt auf das Zentrum der Brust und atme ein paar Mal ein und aus. Bring deine Wahrnehmung jetzt in den Bauch, dein Becken. Unterer Rücken. Unterer Rücken. Hüfte. Oberschenkel. Oberschenkel. Knie. Unterschenkel. Knöchel. Füße. Zehen. Atme mit deinem ganzen Körper ein. Atme mit deinem ganzen Körper aus. Mit jedem Einatmen atmest du neue Energie ein. Oberer Ruhe und Entspannung. Mit jedem Ausatmen lässt du verbliebene Anspannung los. Alle Sorgen. Alle Gedanken. Ausatmen. Lass deine Aufmerksamkeit jetzt wieder zu den Zehen fließen. Zu den Fußsohlen. Sprunggelenk. Schienbein. Waden. Knie. Oberschenkel. Hüfte. Unterer Rücken. Becken Bauch Brustkorb Atme abohr mal tief und vollständig in Brust und Bauch ein und aus. Bring deine Aufmerksamkeit jetzt zum oberen Rücken, den Schultern, Oberarme, Unterarme, Handgelenke, Finger, Fingerspitzen. Bewege deine Aufmerksamkeit von den Fingerspitzen zurück zu den Fingern. Hände Handgelenk Unterarme Oberarme Schultern Nacken Kehle Kinn Kiefer Mund Nasenlöcher Nimm wieder wahr, wie dein Atem durch die Nasenlöcher ein- und ausströmt. Geh mit deiner Aufmerksamkeit jetzt zu den Wangenknochen. Augen Augen Augenbrauen Stirn Scheitel Nimm jetzt dein Atem wahr, der ganz wach und sanft durch deinen ganzen Körper fließt, ohne ihn zu beeinflussen. Du Leib beobachten Du Leib beobachten Und genießt die Entspannung, die sich im ganzen Körper ausbreitet. Lass deine Aufmerksamkeit jetzt noch einmal durch deinen ganzen Körper kreisen. Und sende die Energie ganz bewusst in die genannten Körperteile, Stirn, Kehle, rechte Schulter, rechter Oberarm, rechter Ellbogen, rechtes Handgelenk, Rechter Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, rechtes Handgelenk, rechter Ellbogen, rechte Schulter, Kehle, Linke Schulter, linker Oberarm, linker Oberarm, linker Ellbogen, linkes Handgelenk, linker Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, Linkes Handgelenk, linker Ellbogen, linker Oberarm, Schulter, Kehle, Brustbein, rechte Brust, Brustbein, linke Brust, Brustbein, Bauchnabel, Unterleib, rechte Hüfte, rechtes Knie, rechter Knöchel, rechter großer Zeh, rechter zweiter Zeh, rechter dritter Zeh, Rechter vierter Zeh, rechter kleiner Zeh, rechter Knöchel, rechter Knöchel, rechtes Knie, rechte Hüfte, Unterleib, Linke Hüfte, linkes Knie, linker Knöchel, linker großer Zeh, linker zweiter Zeh, linker dritter Zeh, linker vierter Zeh, linker kleiner Zeh, linker Knöchel, linkes Knie, linke Hüfte, Unterleib, Bauchnabel, Brustbein, Kehle, Stirn, und mit jedem Atemzug wird ein Atem sanfter und weicher sanft und weich ruhig und entspannt und wir Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Mit deiner Aufmerksamkeit wieder langsam zurück in deinen Körper. ZDF, 2020 Vielen Dank.